Exoda Blog Wissen, der Podcast, der was weiß. Was sind die wesentlichen verbesserten Sicherheitsaspekte von MacOS Sonoma? Der integrierte Malware-Schutz hat einen deutlichen Fortschritt im Schutz vor Malware- und Phishing-Angriffen gebracht. Es ist heute wichtiger denn je, sich vor Online-Bedrohungen zu schützen, da Cyberkriminelle immer raffinierter werden. Durch die Integration eines effektiven Malware-Schutzes können Nutzer nun sicherer im Internet surfen und ihre persönlichen Daten vor dem Zugriff von Hackern schützen. Der Malware-Schutz arbeitet im Hintergrund und erkennt potenziell schädliche Programme oder Websites, bevor sie Schaden anrichten können. Er analysiert den Datenverkehr und überprüft Dateien auf verdächtige Aktivitäten, um sicherzustellen, dass keine schädliche Software installiert wird. Dies hilft dabei, Malware-Infektionen zu verhindern und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Durch regelmäßige Updates und die Verwendung eines umfassenden Virenscanners kann der Malware-Schutz ständig verbessert und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Dies ist entscheidend, um mit den sich ständig verändernden Bedrohungen Schritt zu halten und eine maximale Sicherheit zu gewährleisten. Indem potenziell schädliche Dateien blockiert und unschädlich gemacht werden, können Nutzer sicher im Internet surfen, ohne sich Sorgen um ihre Sicherheit machen zu müssen. Ein weiterer Vorteil des integrierten Malware-Schutzes ist die Bekämpfung von Phishing-Angriffen. Phishing ist eine beliebte Methode, um persönliche Informationen wie Passwörter, Kreditkartendaten und andere vertrauliche Daten zu stehlen. Der Malware-Schutz erkennt verdächtige Phishing-Websites und warnt die Nutzer davor, persönliche Informationen preiszugeben. Dadurch wird das Risiko von Identitätsdiebstahl und Betrug erheblich reduziert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der integrierte Malware-Schutz eine wichtige Funktion ist, um die Sicherheit der Nutzer im Internet zu gewährleisten. Mit seiner Hilfe können Malware-Infektionen verhindert, Phishing-Angriffe abgewährt und persönliche Daten geschützt werden. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug in der heutigen digitalen Welt und trägt dazu bei, das Risiko von Online-Bedrohungen zu minimieren. Erweiterte Datenschutzfunktionen wie App-Signierung und Zugriff auf sensible Daten sind entscheidend für die Sicherheit und Privatsphäre von Nutzern in der digitalen Welt. Mit der App-Signierung können Entwickler ihre Anwendungen digital signieren, um deren Integrität sicherzustellen und sicherzungen, dass sie von vertrauenswürdigen Quellen stammen. Dies hilft, das Risiko von Malware-Infektionen und betrügerischen Apps zu minimieren, da nur signierte Anwendungen auf dem Gerät ausgeführt werden können. Darüber hinaus können erweiterte Datenschutzfunktionen den Zugriff auf sensible Daten wie Standortinformationen, Kontakte und persönliche Dateien einschränken. Indem Anwendungen nur Zugriff auf die Daten haben, die sie tatsächlich benötigen, können Nutzer ihre Privatsphäre besser schützen und sicherstellen, dass ihre sensiblen Informationen nicht missbraucht werden. Durch die Implementierung von Berechtigungen und den Zugriff auf sensible Daten können Nutzer genau kontrollieren, welche Informationen eine Anwendung abrufen kann. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass persönliche Daten geschützt bleiben und nicht von missbräuchlichen Anwendungen gesammelt werden. Indem die Nutzer die volle Kontrolle über ihre Daten behalten, können sie sicher im Internet surfen, ohne sich Sorgen um ihre Privatsphäre machen zu müssen. Die App-Signierung ist auch wichtig für die Sicherheit von App-Updates, da sie sicherstellt, dass nur autorisierte Entwickler Änderungen an einer Anwendung vornehmen können. Dies hilft, die Integrität der Anwendungen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie frei von schädlicher Software sind. Indem Anwendungen digital signiert werden, können Nutzer sicher sein, dass sie vertrauenswürdige und sichere Apps auf ihren Geräten ausführen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass erweiterte Datenschutzfunktionen wie App-Signierung und Zugriff auf sensible Daten wesentlich sind, um die Sicherheit und Privatsphäre von Nutzern zu schützen. Durch die Implementierung dieser Funktionen können Nutzer Malware-Infektionen verhindern, den Zugriff auf ihre sensiblen Daten kontrollieren und sicherstellen, dass sie nur vertrauenswürdige Anwendungen auf ihren Geräten verwenden. Es ist ein wichtiger Schritt, um die persönlichen Informationen der Nutzer zu schützen und sie vor potenziellen Datenschutzverletzungen zu bewahren. Verbesserte Verschlüsselungstechnologien sind entscheidend für die Sicherheit von Datenübertragungen und Speicherung in der heutigen digitalen Welt. Durch die Verwendung von fortschrittlichen Verschlüsselungsverfahren können sensible Informationen vor unbefugtem Zugriff geschützt werden, sowohl während der Übertragung als auch bei der Speicherung auf Geräten oder in der Cloud. Der Einsatz von robusten Verschlüsselungstechnologien gewährleistet, dass Daten effektiv vor Hackern, Datenlacks und anderen Sicherheitsbedrohungen geschützt sind. Durch die mathematische Umwandlung von Daten in einen nicht lässbaren Code wird sichergestellt, dass nur autorisierte Parteien die Informationen entschlüsseln und darauf zugreifen können. Unter Verwendung von sicheren Verschlüsselungsalgorithmen wie AES, Advanced Encryption Standard oder RSA, Reefs Shamir Adleman, werden Daten mit starken Verschlüsselungsschlüsseln geschützt, die äußerst schwierig zu entschlüsseln sind. Diese Technologien gewährleisten, dass selbst im Falle eines Datenlecks oder eines erfolgreichen Angriffs die verschlüsselten Informationen für den Angreifer unbrauchbar bleiben. Im Bereich der Datenübertragung ermöglichen verbesserte Verschlüsselungstechnologien die sichere Kommunikation über das Internet. Durch die Verwendung von SSL-TLS-Protokollen können sensible Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten und persönliche Informationen sicher zwischen Geräten und Servern übertragen werden, ohne dass Dritte die Daten abfangen oder manipulieren können. Darüber hinaus bietet Verschlüsselung auch einen sicheren Speichermechanismus für Informationen auf lokalen Geräten oder Cloud-Speicherplattformen. Durch die Verschlüsselung von Dateien, Ordnern oder Festplatten wird sichergestellt, dass nur autorisierte Benutzer mit den entsprechenden Entschlüsselungsschlüsseln auf die Daten zugreifen können. Dies ist besonders wichtig, um die Vertraulichkeit und Integrität von persönlichen oder geschäftlichen Daten zu gewährleisten. Die Implementierung von verbesserten Verschlüsselungstechnologien in verschiedenen Aspekten der Datenübertragung und Speicherung bietet Nutzern ein höheres Maß an Sicherheit und Datenschutz. Durch die Verwendung von starken Verschlüsselungsverfahren können Unternehmen und Einzelpersonen sicherstellen, dass ihre sensiblen Informationen geschützt sind und sie vor potenziellen Sicherheitsverletzungen geschützt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verbesserte Verschlüsselungstechnologien für eine sichere Datenübertragung und Speicherung unerlässlich sind, um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen zu gewährleisten. Durch den Einsatz von starken Verschlüsselungsalgorithmen können Organisationen und Benutzer sicherer im Umgang mit sensiblen Daten sein und sich vor den ständig wachsenden Bedrohungen der digitalen Welt schützen. Die zunehmende Verbreitung von mobilen Anwendungen hat auch Datenschutzbedenken aufgeworfen, da viele Apps auf eine Vielzahl von Daten und Funktionen auf mobilen Geräten zugreifen müssen. Um diesen Bedenken entgegenzuwirken und den Datenschutz der Benutzer zu stärken, werden stärkere Kontrollen über App-Berechtigungen und Zugriffe immer wichtiger. Durch die Integration von Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, die Berechtigungen einzelner Apps zu verwalten, können sie genau steuern, welche Informationen und Ressourcen eine App nutzen kann. Dies schützt nicht nur die Privatsphäre der Benutzer, sondern reduziert auch das Risiko von Datenmissbrauch und unerwünschtem Zugriff auf persönliche Daten. Mit stärkeren Kontrollen über App-Berechtigungen können Benutzer die Zugriffsrechte von Apps auf sensible Daten wie Standortinformationen, Kontakte, Fotos oder Mikrofon steuern. Auf diese Weise können sie sicherstellen, dass nur die erforderlichen Daten für den reibungslosen Betrieb einer App freigegeben werden, ohne dass unnötige persönliche Informationen preisgegeben werden. Darüber hinaus ermöglichen erweiterte Kontrollen über App-Berechtigungen Benutzern auch die Möglichkeit, den Zugriff auf bestimmte Funktionen oder Geräteressourcen zu beschränken. Dies hilft nicht nur, die Sicherheit von Informationen zu gewährleisten, sondern auch die Leistung und Akkulaufzeit des Geräts zu optimieren, indem unnötige Ressourcenverwendung durch Apps begrenzt wird. Durch die Einführung von Funktionen wie der granularen Berechtigungssteuerung können Benutzer individuell bestimmen, welche Berechtigungen eine App haben darf und welche nicht. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Datenschutzeinstellungen maßgeschneidert anzupassen und das Vertrauen in die Sicherheit ihrer persönlichen Daten zu stärken. Eine stärkere Kontrolle über App-Berechtigungen ist daher ein wesentlicher Bestandteil einer umfassenden Datenschutzstrategie für mobile Geräte. Indem Benutzer die Kontrolle über die Zugriffsrechte von Apps haben, können sie ihre Privatsphäre wahren, das Risiko von Datenmissbrauch reduzieren und ein insgesamt sichereres Nutzungserlebnis auf ihren Geräten gewährleisten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass stärkere Kontrollen über App-Berechtigungen und Zugriffe einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Privatsphäre und Sicherheit von Benutzern leisten. Indem Benutzer die Möglichkeit haben, genau festzulegen, welche Daten eine App verwenden kann und welche nicht, können sie ihre persönlichen Informationen effektiv schützen und das Vertrauen in die Sicherheit ihrer mobilen Geräte stärken. Die fortgeschrittene Gesichtserkennungstechnologie hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und wird heute in vielen Bereichen für Sicherheits- und Authentifizierungszwecke eingesetzt. Die Verwendung von Gesichtserkennung zur sicheren Anmeldung und Authentifizierung auf mobilen Geräten bietet eine bequeme und zuverlässige Methode, um den Zugriff auf sensible Daten und Anwendungen zu schützen. Durch die Integration von Gesichtserkennungstechnologie in mobile Geräte können Benutzer ihr Gerät einfach durch Auflegen ihres Gesichts entsperren und authentifizieren, ohne dass sie ein Passwort oder eine PIN eingeben müssen. Dies macht den Zugriff auf das Gerät schnell und bequem, während gleichzeitig ein hoher Sicherheitsstandard gewährleistet wird. Die Gesichtserkennungstechnologie arbeitet durch das Erfassen und Analysieren charakteristischer Merkmale des Gesichts einer Person, wie zum Beispiel die Position der Augen, Nase und Mund. Diese Merkmale werden dann in einem digitalen Muster gespeichert und mit den gespeicherten biometrischen Daten des Benutzers verglichen, um die Identität zu überprüfen. Durch die Verwendung von fortgeschrittenen Algorithmen und künstlicher Intelligenz wird die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Gesichtserkennungstechnologie ständig verbessert, was die Fälschung von Identitäten erschwert und die Sicherheit der Benutzerdaten gewährleistet. Die Anwendung von Gesichtserkennungstechnologie im Bereich der sicheren Anmeldung und Authentifizierung bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter eine höhere Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz. Durch die Verwendung biometrischer Informationen wie dem Gesicht des Benutzers als Zugriffsschlüssel können mobile Geräte vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Gesichtserkennung eine nahtlose und intuitive Benutzererfahrung, da Benutzer keine komplizierten Passwörter eingeben oder sich merken müssen. Dies verbessert nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern reduziert auch das Risiko von Passwortdiebstahl oder unautorisiertem Zugriff auf das Gerät. Die fortschrittliche Gesichtserkennungstechnologie wird auch in verschiedenen Sicherheitsanwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel der Verifizierung von Identitäten bei Online-Transaktionen oder dem Zugriff auf vertrauliche Informationen. Dies stärkt die Sicherheit im digitalen Raum und bietet den Benutzern eine zuverlässige Methode zur Authentifizierung und Identitätsüberprüfung. Insgesamt kann die fortgeschrittene Gesichtserkennungstechnologie als eine wirksame und zuverlässige Methode betrachtet werden, um die Sicherheit und Datenschutz auf mobilen Geräten zu verbessern. Durch die Integration dieser Technologie können Benutzer von einer bequemen und sicheren Authentifizierung profitieren und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre persönlichen Daten und Informationen geschützt sind. In der heutigen digitalen Welt, in der wir immer stärker von vernetzten Geräten abhängig sind, ist der Schutz vor unerlaubten Netzwerkzugriffen von entscheidender Bedeutung. Eine integrierte Firewall ist ein unverzichtbares Instrument, um die Sicherheit von Geräten und Daten zu gewährleisten. Die integrierte Firewall bietet einen proaktiven Schutzmechanismus, der unerlaubte Netzwerkzugriffe überwacht, blockiert und filtert, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Sie fungiert als eine Art digitale Barriere zwischen dem internen Netzwerk des Geräts und externen Netzwerken oder dem Internet, um potenziell schädlichen Datenverkehr zu erkennen und zu kontrollieren. Die Firewall analysiert den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr anhand vordefinierter Sicherheitsregeln und Filter, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und zu blockieren. Sie überwacht den Datenverkehr in Echtzeit und reagiert sofort auf potenzielle Bedrohungen, um das Gerät und die darauf gespeicherten Daten zu schützen. Durch die Konfiguration einer integrierten Firewall können Benutzer die Kontrolle über den Netzwerkzugriff Geräts übernehmen und individuelle Einstellungen anpassen, um ihren Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Dies ermöglicht es Benutzern, bestimmte Anwendungen oder Dienste zu blockieren oder zuzulassen, basierend auf ihren Präferenzen und Sicherheitsbedenken. Die Firewall bietet auch Schutz vor verschiedenen Arten von Netzwerkangriffen, wie zum Beispiel Denial-of-Service-Angriffen, Port-Scanning, Malware-Infektionen und anderen bösartigen Aktivitäten, die darauf abzielen, das Gerät zu kompromittieren oder den Zugriff auf sensible Daten zu ermöglichen. Durch die Implementierung einer integrierten Firewall auf mobilen Geräten wird die Sicherheit und Privatsphäre der Benutzer wesentlich gestärkt. Die Firewall bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die dazu beiträgt, unerwünschte Netzwerkaktivitäten zu erkennen und zu blockieren, um die Integrität des Geräts und die Vertraulichkeit der persönlichen Daten zu schützen. Eine gut konfigurierte und aktivierte Firewall ist somit ein essentielles Sicherheitswerkzeug für jeden, der seine digitalen Geräte vor Bedrohungen aus dem Netzwerk schützen möchte. Mit der zunehmenden Vernetzung von Geräten und der digitalen Transformation ist es wichtiger denn je, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um Daten- und Datenschutzrisiken zu minimieren und die Sicherheit im digitalen Raum zu gewährleisten. Automatische Software-Updates sind ein entscheidender Aspekt der Datensicherheit in der heutigen vernetzten Welt. Diese Updates ermöglichen eine schnelle Behebung von Sicherheitslücken und Schwachstellen in Softwareprogrammen, um die Sicherheit von Geräten und Daten zu gewährleisten. Durch automatische Software-Updates können Entwickler Patches und Aktualisierungen für ihre Anwendungen und Systeme bereitstellen, sobald neue Sicherheitslücken entdeckt werden. Dies hilft, potenzielle Einfallstore für Hacker und Malware zu schließen und das Risiko von Datenschutzverletzungen zu minimieren. Die regelmäßige Aktualisierung von Software ist von entscheidender Bedeutung, da Schwachstellen in Programmen oft von Hackern ausgenutzt werden, um unerlaubten Zugriff auf Systeme zu erlangen oder schädliche Codes einzuschleusen. Mit automatischen Updates können Benutzer sicherstellen, dass ihre Systeme stets mit den neuesten Sicherheitsfunktionen ausgestattet sind und somit gegen die neuesten Bedrohungen geschützt sind. Durch automatische Software-Updates werden auch Benutzerfehler minimiert, da viele Sicherheitsprobleme auf veraltete Software oder nicht aktualisierte Systeme zurückzuführen sind. Indem die Aktualisierungen automatisch heruntergeladen und installiert werden, wird gewährleistet, dass Benutzer stets über die neuesten Versionen der Software verfügen, die potenzielle Sicherheitslücken geschlossen haben. Die Implementierung automatischer Software-Updates ist eine bewährte Methode zur Stärkung der IT-Sicherheit in Unternehmen und privaten Haushalten. Durch die Automatisierung des Aktualisierungsprozesses wird sichergestellt, dass Systeme kontinuierlich auf dem neuesten Stand gehalten werden, ohne dass Benutzer manuell eingreifen müssen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass automatische Software-Updates sorgfältig konfiguriert und überwacht werden müssen, um sicherzustellen, dass die Aktualisierungen korrekt und fehlerfrei durchgeführt werden. In einigen Fällen können fehlerhafte Updates zu Systeminstabilität oder Funktionsstörungen führen, was die Bedeutung von qualitativ hochwertigen und getesteten Aktualisierungen unterstreicht. Insgesamt bieten automatische Software-Updates eine effiziente und praktische Lösung für die Sicherheit von Systemen und Daten. Indem Sie Sicherheitslücken schnell schließen und den Aktualisierungsprozess für Benutzer vereinfachen, tragen Sie dazu bei, die Cybersicherheit zu verbessern und die Integrität digitaler Systeme zu gewährleisten. Die Benutzerkontenverwaltung spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit von Systemen und Daten in einer digitalisierten Welt. Mit verbesserter Benutzerkontenverwaltung können Organisationen und individuelle Benutzer effektive Zugriffskontrollen implementieren, um unbefugten Zugriff zu verhindern und die Integrität sensibler Informationen zu schützen. Eine solide Benutzerkontenverwaltung ermöglicht es Administratoren, einzelnen Benutzern spezifische Zugriffsrechte zuzuweisen, basierend auf ihren Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb des Systems. Dies gewährleistet, dass Benutzer nur auf die Daten und Ressourcen zugreifen können, die für ihre Arbeit erforderlich sind, und reduziert das Risiko von Datenmissbrauch oder unerlaubter Nutzung von Systemfunktionen. Durch die Implementierung von verbesserten Benutzerkontenverwaltungsfunktionen können Unternehmen auch die Authentifizierungsmethoden für den Zugriff auf Systeme und Anwendungen stärken. Dies kann die Verwendung von Multifaktor-Authentifizierung, biometrischen Merkmalen oder anderen fortgeschrittenen Identifizierungstechnologien umfassen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf sensible Daten zugreifen können. Darüber hinaus ermöglicht eine verbesserte Benutzerkontenverwaltung die Überwachung und Protokollierung von Benutzeraktivitäten, um verdächtige oder ungewöhnliche Zugriffe zu identifizieren. Durch die Analyse von Benutzerprotokollen können Sicherheitsverantwortliche potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen und angemessen darauf reagieren, um Sicherheitsvorfälle zu verhindern oder zu begrenzen. Die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und gesetzlichen Vorschriften wird durch eine verbesserte Benutzerkontenverwaltung erleichtert, da Unternehmen in der Lage sind, den Zugriff auf personenbezogene Daten und andere sensible Informationen zu kontrollieren und zu dokumentieren. Dies ist besonders relevant in Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen wie dem Gesundheitswesen oder der Finanzbranche. Die Umsetzung einer robusten Benutzerkontenverwaltung erfordert eine umfassende Strategie, die auf bewährten Sicherheitsstandards basiert und regelmäßig überprüft und aktualisiert wird. Schulungen für Benutzer über bewährte Sicherheitspraktiken und den sicheren Umgang mit Zugriffsrechten können ebenfalls dazu beitragen, das Risiko von Sicherheitsvorfällen zu minimieren und die Effektivität der Zugriffskontrollen zu verbessern. Insgesamt ist eine verbesserte Benutzerkontenverwaltung ein fundamentaler Bestandteil eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts, das darauf abzielt, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten zu gewährleisten. Indem Unternehmen proaktiv Zugriffskontrollen implementieren und kontinuierlich überwachen, können sie ihre Cybersicherheit stärken und sich vor potenziellen Bedrohungen schützen. Die erweiterte sichere Boot-Technologie ist eine entscheidende Sicherheitsmaßnahme, um Computer vor böswilligen Boot-Prozessen zu schützen. Beim Booten eines Computers wird das Betriebssystem geladen und gestartet, wobei ein Prozess namens Bootloader den Startvorgang des Computers steuert. Dieser Vorgang ist entscheidend, da er bestimmt, welche Software auf dem Computer ausgeführt wird und ob das System sicher gestartet wird. Bösartige Boot-Prozesse können das Booten eines Computers beeinträchtigen, indem sie schädliche Software in den Startvorgang des Betriebssystems einschleusen. Dies kann dazu führen, dass Malware bereits aktiv ist, bevor das Betriebssystem gestartet wird, was schwerwiegende Sicherheitsrisiken und Datenschutzverletzungen verursachen kann. Die erweiterte sichere Boot-Technologie bietet einen Mechanismus, um sicherzustellen, dass nur vertrauenswürdige und authentifizierte Komponenten während des Bootvorgangs geladen werden. Dies geschieht durch die Verwendung digitaler Signaturen und Zertifikate, um die Integrität und Echtheit der Bootloader und anderer kritischer Systemkomponenten zu überprüfen. Durch die Implementierung erweiterter sicherer Boot-Technologien können Computer vor der Ausführung unsicherer oder nicht autorisierter Software geschützt werden. Dies verbessert die Sicherheit des Systems und verringert das Risiko von Angriffen durch Malware, Root-Kits oder andere bösartige Programme, die den Boot-Vorgang manipulieren könnten. Zusätzlich zur Absicherung des primären Boot-Prozesses ermöglicht die erweiterte sichere Boot-Technologie auch die Überprüfung von Systemdateien und Treibern auf Anomalien oder Veränderungen, die auf eine potenzielle Kompromittierung des Systems hinweisen könnten. Durch regelmäßige Integritätsprüfungen und Überwachung des Boot-Vorgangs können Sicherheitsverantwortliche potenzielle Bedrohungen frühzeitig erkennen und angemessen darauf reagieren. Die erweiterte sichere Boot-Technologie ist besonders relevant in Umgebungen, in denen ein hohes Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit erforderlich ist, wie beispielsweise Regierungsorganisationen, Finanzinstitute oder Unternehmen mit sensiblen Daten. Durch die Möglichkeit, den gesamten Boot-Prozess zu überwachen und zu sichern, können diese Organisationen ihre Sicherheitsstandards verbessern und sich besser vor fortschrittlichen Bedrohungen schützen. Insgesamt ist die erweiterte sichere Boot-Technologie eine essentielle Sicherheitsmaßnahme, die dazu beiträgt, die Integrität und Vertrauenswürdigkeit des Boot-Vorgangs zu gewährleisten und Systeme vor böswilligen Manipulationen zu schützen. Durch die Implementierung dieser Technologie können Organisationen ihre Sicherheitsstrategie stärken und das Risiko von Cyberangriffen minimieren. Der Safari-Browser von Apple, der auf verschiedenen Geräten wie Macs, iPhones und iPads läuft, gehört zu den beliebtesten Webbrowsern auf dem Markt. Aufgrund seines breiten Einsatzbereichs und seiner Vielseitigkeit ist es von entscheidender Bedeutung, dass Safari über robuste Sicherheitsfunktionen verfügt, um Benutzer vor potenziellen Bedrohungen und Datenschutzverletzungen im Internet zu schützen. Eine der wichtigsten Sicherheitsfunktionen des Safari-Browsers ist der intelligente Tracking-Schutz. Dieses Feature dient dazu, einen umfassenden Schutz vor Tracking-Methoden bereitzustellen, die dazu dienen, das Online-Verhalten von Benutzern zu verfolgen. Durch das Blockieren von Cookies, Skripten und anderen Tracking-Technologien schützt der intelligente Tracking-Schutz die Privatsphäre der Benutzer und verhindert, dass ihre Daten ohne ihre Zustimmung gesammelt und genutzt werden. Die verbesserten Sicherheitsfunktionen für den Safari-Browser umfassen auch den Schutz vor schädlichen Websites und Phishing-Angriffen. Safari verwendet verschiedene Technologien wie Safe-Browsing und Warnungen vor unsicheren Websites, um Benutzer vor dem Besuch von schädlichen oder betrügerischen Websites zu warnen. Durch die fortlaufende Aktualisierung einer umfangreichen Datenbank mit bekannten schädlichen Websites kann Safari potenziell gefährliche Internetseiten identifizieren und die Benutzer rechtzeitig warnen. Darüber hinaus verfügt der Safari-Browser über Funktionen wie den Sandbox-Modus, der es Websites und Web-Apps ermöglicht, in einer isolierten Umgebung zu arbeiten, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren. Durch die Bereitstellung einer sicheren und abgeschotteten Umgebung für das Ausführen von Web-Inhalten schützt der Sandbox-Modus Benutzerdaten vor unbefugtem Zugriff und schädlichen Eingriffen von außen. Ein weiteres wichtiges Sicherheitsmerkmal von Safari ist die Zusammenarbeit mit Zertifizierungsstellen zur Validierung von SSL-TLS-Zertifikaten. Durch die Überprüfung der Echtheit von Zertifikaten und die Verschlüsselung von Datenübertragungen ermöglicht Safari eine sichere Kommunikation zwischen Benutzern und Websites. Dies ist entscheidend, um die Vertraulichkeit und Integrität von Daten zu gewährleisten und Benutzer vor Men in the Middle ungriffen zu schützen. Die Verbesserung der Sicherheitsfunktionen im Safari-Browser zielt darauf ab, Benutzern eine vertrauenswürdige und sichere Browsing-Umgebung zu bieten, in der sie ihre Online-Aktivitäten ohne Angst vor Bedrohungen oder Datenschutzverletzungen ausführen können. Durch kontinuierliche Innovationen und Anpassungen an die sich wandelnde Cyber-Bedrohungslandschaft strebt Safari danach, seine Position als einer der sichersten Webbrowser auf dem Markt zu festigen und das Vertrauen der Benutzer in Bezug auf ihre Online-Sicherheit zu stärken. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.